Es ist wie ein 3D-Drucker, bloß umgekehrt. Das ist ziemlich geil. Ich sag halt, dieses Spiel steckt voller Überraschungen. Es steckt voller Überraschungen. Es ist geil. Moin, sehr nun herzlich willkommen zurück zu Stationeers. Meine lieben Freunde, es ist uns beim letzten Mal tatsächlich gelungen, ein Vakuum zu erzeugen. Also nicht nur in meinem Kopf, da habe ich sowieso auf natürliche Art und Weise ein Vakuum. Aber hier in diesem Raum, den ich jetzt nochmal betrete, weil ich das nochmal ganz kurz demonstrieren möchte. Da muss ich nochmal hier den Tracker ausbauen und den Atmosphärenanalyse an mein Tablet einsetzen, damit ich euch das zeigen kann. Genau, dort befindet sich jetzt ein Vakuum. Da steht jetzt Not Available by Pressure and Temperatur und das liegt daran, weil tatsächlich hier nichts verfügbar ist. Es gibt hier einfach nichts in diesem Raum, was gemessen werden kann, weil alles abgesaugt ist. Wir haben deswegen jetzt auch außen den Sauger, den haben wir jetzt deaktiviert. Wenn wir jetzt hier drin nicht etwas tun, was Gas erzeugt oder freisetzt, dann bleibt das Vakuum hier auch drin tatsächlich. Da müssen wir das gar nicht wieder absaugen lassen, das Ganze. Das ist das Tolle da dran. Das heißt, hier drin ist jetzt temperaturneutral, alles möglich. Und dasselbe müssen wir auch noch in dem Solarraum installieren, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Mache ich jetzt aber nicht in der Folge. Was möchte ich heute in dieser Episode durchführen? Und übrigens achtet mal drauf, wie der Ton wieder zurückkommt in dem Moment, wo hier der Lüfter aktiv ist. Habt ihr es mitgekriegt? Die Tür hat keinen Sound gemacht. Das ist mega geil gemacht einfach, auf was alles da geachtet wurde. Mich erinnert das tatsächlich, dieses System, an Helion. Das hatte nämlich auch so ein krasses Temperatur- und Drucksystem. Nur in Helion, das war so ein Scheißspiel, dass das da total untergegangen ist eigentlich. Aber das hier, das setzt das richtig gut um und integriert das auch richtig geil ins Gameplay, muss ich sagen. Also ich finde das echt gut gemacht. Ich würde sogar so weit gehen und mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist die beste Umsetzung von so einem Temperatur- und Drucksystem, das ich bisher in so einem Weltraumspiel erlebt habe. Und dann auch noch kombiniert mit so einem Gameplay, mit so einem Sandbox-Gameplay, wo du halt so viele Freiheiten auch hast, wie du Sachen umsetzt und so. Genau, was möchte ich heute machen? Zurück zum Thema. Ich möchte zum einen den Advanced Furnace bauen, denn mir ist nämlich aufgefallen, wenn ich bestimmte Sachen bauen möchte, brauche ich bestimmte Legierungen, das wissen wir ja schon. Aber ich kann in meinem normalen Hochofen, den ich draußen aufgebaut habe, nicht alle Legierungen herstellen, weil bestimmte Druck- und Temperaturverhältnisse nicht in dem Ofen umsetzbar sind. Und dazu brauche ich den Advanced Furnace. Ja, ich kann manche Sachen nur im Advanced Furnace schmelzen, also erzeugen. Zum Beispiel, wie hieß das nochmal, das was ich hier... Also ich habe mir hier für eine Legierung, die ich noch nicht machen kann, ich glaube Astroloy war das, habe ich mir schon mal die Zutaten zusammengelegt. Ich brauche Kupfer, Kobalt und Stahl, um Astroloy zu machen. Im selben Mischungsverhältnis brauche ich das dann auch irgendwie. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das dann realisieren wieder. Wie wir so einen Barren dann aufgesplittet kriegen. Genau, das muss ich im Advanced Furnace schmelzen, weil sonst kriege ich nie Astroloy und dann kann ich diese geilen Weltraum-Sachen, die da noch kommen, nicht machen. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir das an den Start kriegen. Was ich dann außerdem auch noch erzeugen möchte oder bauen möchte, ist... Habe ich gerade was gehört? Ich bin immer noch so paranoid wegen dieser Alien-Geschichte in letzter Zeit. Ich höre immer Außerirdische. Wenn ihr auch so paranoid seid, drückt auf jeden Fall gerne mal auf den Daumen nach oben, damit ich sehe, dass ihr paranoid seid. Und wenn ihr rechts oben in die Playlist schaut, könnt ihr noch die weiteren geilen Folgen ansehen, die wir bisher so gemacht haben. Genau. So, abgesehen vom Advanced Furnace möchte ich gerne auch noch den Auto-Miner bauen. Den Small Auto-Miner. Da habt ihr mir so ein bisschen was erklärt, worauf ich da achten muss. Äh, erstmal nehme ich mir den Furnace. Den nehme ich erstmal in den Schrank. Den setzen wir mal noch nicht. Den bauen wir mal noch nicht. Den nehmen wir erstmal in den Schrank rein. Wir merken uns, dass der im Schrank ist. Ich hatte mich nämlich schon beim letzten Mal wieder selbst verwirrt, indem ich vermutet hatte, dass ich ihn schon gemacht habe. Aber hatte ich noch gar nicht. Genau. Jetzt nehmen wir mal den, äh... Auto-Miner. Genau. Guck mal. Den machen wir jetzt. Und da habt ihr mir schon erklärt, da brauche ich auf jeden Fall... Also einen Rahmen, auf dem das Ding irgendwie stehen kann. Hier. Habe ich schon mal Material dafür an Start gebracht. Und ich brauche auch noch einen Stromschalter und eine Batterie. Weil ich muss ja... Also in diesen Stromschalter kann man ja die Batterien einsetzen. Und dann kann man den ja anschalten. Und dann wird die Batterie der gesaugt. Und dann läuft das Ding erst. Der muss nämlich auch mit Strom versorgt werden. Der hat aber keinen eigenen... Also keinen eigenen Strom-Eingang wohl irgendwie. So habt ihr mir das zumindest erklärt. Auf jeden Fall mache ich jetzt da noch Kabel. Den Schalter. Eine Batterie braucht er auch. Die muss auch aufgeladen sein. Ja, ganz wichtig. Das müssen wir auch gleich noch machen. Und dann können wir mal losgehen und uns eine Quelle suchen, die wir damit anzapfen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Da habe ich echt auch keinen Plan, ne? Das habe ich auch noch nie eingesetzt. Das wollen wir dann mal jetzt ausprobieren. Ich sage ja, jetzt geht es langsam in die Richtung Automatisierung. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir den Vakuumraum gebaut haben. Wir wollen Dinge automatisieren. Genau, da ist es. Ich finde das immer so lustig, wie so ein Lego-Set zusammengebaut. So eine Packung und dann so Bauteile drin und sowas alles. Ist schon genial. Ja, also jetzt brauchen wir noch den Schalter. Das nennt sich nämlich... Ne, nicht Autolatte. Das nennt sich Power... Power Controller, genau. Was waren das andere da? Da war noch irgendwas, was... Moment. Power Connector. Ah ja. Ah, stopp. Nicht so viel. Einer reicht. So, den brauchen wir. Und die Batterie... Ach halt, die Batterie brauchen wir noch. Die Große. Und da gehen unsere Materialien wieder hin. Zum Glück haben wir vorher noch mal gefarmt vor dieser Aufnahme. Ey, ich sage euch, meine lieben Freunde. Man braucht immer mehr, als man denkt. Wenn man denkt, man hat genug, dann hat man definitiv noch nicht genug in diesem Spiel. Ey. Man muss immer mehr machen, als man denkt. Mehr farmen, mehr produzieren, mehr herstellen. So. Nice. Ich dachte gerade, ich habe ein... Ein Bang gehört, ey. Ohne Witz. Ey, manchmal hört man auch echt seltsame Geräusche in dem Spiel. Manchmal rumpelt es auch einfach so ganz komisch. Irgendwie in den... In den Wänden so. Und dann denkt man immer, da ist irgendwas. Also manchmal, ich werde hier... Ich werde hier echt irre, ey. Ich schalte jetzt hier den Tracker an. Und dann gehen wir raus. Kabel. Was? Ne, Kabel habe ich... Kabel habe ich hier. Achso, das sind die geilen Kabel. Warte mal. Dann nehmen wir mal die anderen Kabel mit. Stimmt, Kabel muss... Ich muss es ja auch verkabeln, genau. Hier, hier, hier. Warte. Genau. Wir stacken die hier mal zusammen. Und dann nehmen wir uns mal... Hier, den Fuffi nehmen wir uns mal mit. Genau. Mach das mal zu. Habe ich jetzt alles? Ich habe den Tracker eigentlich noch... Ich müsste jetzt eigentlich alles haben. Batterie ist voll aufgeladen. Haben wir auch dabei. Ja, jetzt müssen wir uns eine Quelle suchen. Wo wir ein bisschen dann das Ding aufstellen. Und dann das farmen lassen. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Sie sind also schon in den Wänden. Fehlt nur noch das Amazon-Logo auf dem Paket. Wir bauen uns den BTC-Miner. Genau. Mal so richtig reich werden im Schlaf. So, was wollen wir denn automatisch zapfen? Wollen wir mal erst mal mit Eisen anfangen? Hier, guck mal. Das ist direkt nebenan. Hier, guck mal. Hier sind ganz viele Eisenquellen. Ist vielleicht ein bisschen uneben. Aber wir probieren es mal hier. Das passt ja eigentlich. Also, wie sieht denn das aus, wenn wir das... Ah ja. Den kann ich also einfach... Oh. Alter, ist das riesig. Okay. Ähm. Ja, gut. Ähm. Wie tief muss ich denn das aufbauen? Warte mal. Once placed. Use welding torch. Hä? Was? Und electronic parts. To upgrade. Welding torch und electronic parts. Kann man den irgendwie noch ändern? Nee. Hä? Wie muss ich denn den jetzt platzieren? Warte mal. Muss ich den jetzt in den Boden versenken? Wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ach so. Ah, ich sehe, das sieht aus ein bisschen wie ein 3D-Drucker. Da ist so ein Rahmen oben und da läuft dann der Bohrer so rum so. Okay, warte. Dann versenken wir das einfach mal so. Warte so. Ich probiere es mal so. Okay, und jetzt? Was sind denn electronic parts? Okay, da muss ich aber auch mal zurück. Die habe ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt. Electronic parts vergessen. Ja. Habe ich irgendwie jetzt nicht auf dem Zettel gehabt. Kann ich die überhaupt machen? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich die schon mal, dass mir die schon mal untergekommen sind. Ehrlich gesagt. Musst du bauen? Ja, das ist mir klar. Aber kann ich die machen? Habe ich da das Zeug dafür? Los, gib mir Druck. Ich brauche Druck. Setz mich unter Druck. Schnell. Los. Setz mich doch unter Druck. Jetzt mach doch. Die Base-Temperatur wird schon wieder ganz schön hoch. Muss ich auf dem Zettel behalten. Halt. Lass mal an der Produktionsanlage vorbeirennen. Also, warte. Elektro... Ah, okay. Das ist so ein Päckchen. Okay. Natürlich wieder Iron, Gold und Copper. Das, was wir halt die ganze Zeit schon massivst brauchen. Drei Stück brauche ich davon. Brechen wir dann das mal ab. Genau. Hoffentlich brauchen wir noch irgendwas dafür. Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht noch was. Ich nehme schon mal die Welding-Torch. Ich habe elektronische Bauteile dabei. Und ich werde sie benutzen. Am Elektro-Printer. Genau. Das war gerade der Elektro-Printer. Da habe ich das gerade dran gemacht. Für alle, die sich fragen, wie das Gerät hieß, wo ich das gemacht habe. Aber es steht ja auch immer am Gerät dran, was es für ein Gerät ist. Das ist ja das Schöne. Da muss ich das gar nicht eigentlich nochmal erwähnen. Für alle, die das auch bei sich zu Hause nachmachen wollen. Also, wenn ihr bei euch zu Hause einen Elektro-Printer habt, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr dann da Electronic-Parts machen? Wow. Oh, das ging schnell. Noch irgendwas? Welding-Torch. No, Iron-Sheets. Lol. Das ist doch toll hier. Ich habe Steel-Sheets dabei, Mann. Warte. Bevor wir das jetzt machen. Bevor wir jetzt wieder zurücklaufen. Sinnloserweise. Machen wir jetzt erstmal dahinter noch, bei den Stromanschlüssen, den Schalter und die Batterie rein. Also hier die Plattform. Und dann füllen wir die gleich mal aus. Denn, äh, wenn ich jetzt nämlich wieder zurücklaufe. Also jetzt hier. Gib mir die Platten. Und dann gib mir den Wälder. Ja. You require Steel-Sheets in your right hand. Dann eine gerade. Und dann packen wir den Schalter jetzt hier hin. Ja, dauert alles ein bisschen länger in dem Spiel, ne? Das ist schon gar nicht so ohne. Also warte, wir müssen das so rumdrehen. Da soll ja Strom rein. Und, äh, äh, jetzt brauche ich das Brecheisen. Muss ja die Platte abmachen. Na. Jetzt, genau. So, und da stopfen wir das jetzt rein. Genau. Und da... Farme. 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 Auf der Plattform ist noch ein Knopf. Wo ist denn noch ein Knopf? Wahnsinnig. Ach, da. Oh Gott. Hier muss man mehr Knöpfe drücken, als wenn man die ICBMs der USA auslöst. Na, endlich. Mann. Gott, oh Gott, oh Gott. Am besten noch einen Code eingeben. So, so eine, so eine Codetafel zerknacken so. Und dann muss noch ein Kollege, muss dann denselben Code haben. Und dann muss irgendwie, müssen wir noch gleichzeitig die Knöpfe drücken, damit das funktioniert hier. Aber er macht es. Er macht es. Er macht es. Guckt euch doch an, wie er es macht. Er macht das so geil. Guckt euch das an. Ich gucke mir das jetzt auch nochmal an. Hier, genau. Der hat das jetzt so geil gemacht. Und macht er das jetzt weiter? Oh, oh. Die Karawane des Eisens. Warte, warte, warte. Lauf doch nicht weg. Wartet. Bleibt bei mir. Bleibt bei mir. Ich muss das Ding wegtun. Wartet, wartet. Ich muss stopfen. Alles hier geblieben. Alle zu mir. Alle zu mir. Oh, Alter. Wie viele Stacks? Nein, nicht ins Loch. Stopp. Spuckt mich an. Los. Spuckt's aus. Guck mal. Wasser. Habt ihr... Ah! Ah, nein. Kann der mich eigentlich beschädigen, wenn der mich anbohrt? Wie ist denn das eigentlich? Kann der mich anbohren? Aber ihr habt gesagt, der hätte voll den geringen Radius. Finde ich gar nicht eigentlich. Das geht eigentlich. Nimm es. Nimm es. Ist es geil. Ah, so macht Farben Spaß. Wenn das nur nicht so aufwendig wäre, das Ding aufzubauen. Jawoll. Fräst die Scheiße aus. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen weiter in die Richtung bauen sollen. Aber... Ach, geht eigentlich. Oh Gott. Wie tief geht denn das bitte, Alter? Oh, guck mal. Der holt da... Ah! Das ist doch das andere Erz. Äh, hier. Wie nennt man es denn? Das ist, äh... Das ist das andere. Dieses andere Erz, von dem immer alle sprechen. Der hat Silber bekommen. Halt, hier geblieben. Der hat Silber gekriegt. Geil. Ich bin gerade begeistert. Challenge ist dann Gase farmen. Ja, die kommen dann hinten raus und werden dann direkt verflüchtigt. Guck mal, er hat sogar noch recht gut Restenergie eigentlich. Ja, das ist doch geil. Guck mal, jetzt kann ich nämlich in der Zeit... Eigentlich kann ich jetzt woanders hingehen und in der Zeit was anderes machen. Aber da ich das gerade so faszinierend finde, was da passiert, bleibe ich daneben stehen und gucke zu und verschwende Zeit. Das ist doch auch was Geiles. Das ist absoluter Wahnsinn. Mach nen Zaun drumrum. Warum denn das? Ach so, damit ich nicht da reinfalle. Ja, ist eigentlich clever, ne? Was, äh, Riebald schreibt. Aber, aber ich finde das faszinierend. Jetzt hat er aufgehört. Er kommt hoch, er kommt hoch. Na, was hast du für Überraschungen aus der Tiefe rausgeholt? Jetzt kommen die Aliens, jetzt gräbt er die Aliens aus. Das wäre so lustig. Noch mehr Silber, okay. Ah, warte, halt, halt, halt. Das wertvolle Zeug will ich einstecken. Boah, wie viel Zeug. Halt, stehbleiben. Okay, warte, ich mach den jetzt mal aus. Ich leg den Hauptschalter einfach um, oder? Das müsste doch gehen, oder? Weil vielleicht noch einen, einen Schwung noch. Ich lass mich noch einmal Bär liefern. Guck mal, es ist schade, dass er da nicht rankommt jetzt, ne? Aber ich finde das System ganz cool. Mit diesem, äh, mit dieser Schiene da. Wie der, wie der so an der Schiene halt so lang läuft. Wir haben einen automatischen Farmer. Endlich wird für mich gefarmt. Endlich muss ich das nicht mehr selber machen. Es ist wie ein 3D-Drucker, bloß umgekehrt. Das ist ziemlich geil. Ich sag halt, dieses Spiel, es steckt voller Überraschungen. Es steckt voller Überraschungen. Es ist geil. So, ich mach jetzt das aus. Einmal, einmal noch spucken. Komm, spuck. Kann ich ihm befehlen zu spucken? Boah, Alter. Wie, wie von wegen, der hat nur so ein, der hat nur eine kleine Reichweite, Alter. Guck dir mal an. So tief hab ich noch nie gegraben. So weit hab ich mich noch nie runtergebuddelt. Der macht ja immer weiter, wie es aussieht. Oh, der hat da wieder was gefunden, glaub ich. Da unten. Die Batterie kann ihn für insgesamt 15 Minuten und 59 Sekunden laufen lassen. Echt? Das ist ja geil. Das ist ja episch. Weil der braucht natürlich auch immer länger, bis er dann wieder unten angekommen ist, je tiefer er gräbt, ne. Aber so ist das viel angenehmer, darf ich das mal sagen. Wenn man jetzt natürlich das mit dem Ohrscanner ein bisschen versucht zu kombinieren und dann quasi den einfach da aufstellt, wo die meisten Flecken auf dem Ohrscanner zu sehen sind, also auf dem Erzanalysator, dann kann man ja richtig was rausholen wahrscheinlich, ne. Ich meine, ich hab den jetzt einfach mal auf gut Glück dahingestellt. Weil ich halt oben Eisen gesehen hab, hab ich mir gedacht, ja, kann man doch mal machen. Hab ich offensichtlich gar nicht so falsch gelegen, weil es sieht ganz ordentlich aus, was da unten ist. Kam ja auch schon ordentlich was raus. Aber er gräbt immer weiter, ey. Kann man dem irgendwie ne Grenze festlegen, wie weit er gräbt? Weil der macht jetzt ja immer weiter, ne, an sich. Bis er halt wieder voll ist, dann holt er wieder raus. Und dann springt auch mal ins Loch. Das Problem ist, ich hab nur noch 896 Kilo Pascal Treibstoff im Jetpack. Ich muss erstmal mein Jetpack mal wieder aufhören. Ich hab keine Lust, jetzt da so tief in so einen Schacht zu... Alter, man sieht den Boden schon nicht mehr. Ich hab keine Lust, in so einen Schacht jetzt reinzufallen und dann wieder rausfliegen zu müssen. Und baue ihn auf einen Berg. Ja, das ist eigentlich gar nicht so doof. Auf dem Berg da... Ja! Da können wir den Berg abtragen damit. So können wir den Berg loswerden. Der Berg steht eh im Weg, find ich. Wenn wir einfach den Automeiner aufbauen und dann immer versetzen. Geile Idee. Am Marskern ist Schluss. Ich glaube, es gibt wie in Minecraft ein Bedrock. Und da geht's dann nicht weiter. Aber ich glaube, der gräbt sich bis auf... Ich glaube, der gräbt sich bis aufs Bedrock tatsächlich. Und dann hört er auf. Kann er jetzt mal wieder was ausspucken? Also ich will den jetzt mal... Kann ich den mit dem Knopf, kann ich den hochholen, oder? Ich will mal wissen, was er jetzt intus hat. Naja. Das war jetzt keine besonders große Ausbeute, aber egal. Bleibst du hier? Stopp! Alles zu mir. Jetzt schalte ich den mal ab. Guck mal, der hat auch schon gleich keinen Strom mehr. Ja, der... Ach, der hört vorher schon auf. Okay, wenn er registriert anscheinend, dass er nicht genug Energie hat, dann hört er schon vorher auf, wie es aussieht. Oder ist die Batterie komplett leer schon? Warte mal. Jetzt habe ich... Habe ich in meinem Schuh noch Platz? In meinem Schuh habe ich noch Platz. Die ist... Ne, nicht ganz komplett. Aber er hat bei 21% scheinbar hört er dann schon auf. Okay. Na gut, dann haben wir doch aber was. Nicht schlecht. Also es gibt auf jeden Fall irgendwie so ein Bedrock-Layer und bis da runter gräbt er sich, glaube ich. Wenn mich nicht alles zeugt. Und ich glaube, wir müssen einfach mal von denen einfach noch ein paar machen und die stellen wir dann einfach wirklich auf den Berg und lassen einfach mal den Berg wegtragen. Das fände ich irgendwie mega cool, wenn wir einfach den Berg wegmachen damit. Na, im Berg sind, glaube ich, auch noch einige Ressourcen drin. Der Berg stört nämlich. Der Berg verhindert nämlich... Ich wollte ursprünglich diesen Berg tatsächlich in die Luft jagen. Aber so ist das natürlich viel geiler, weil wenn wir den abtragen, dann kriegen wir die Erze direkt, die da drin sind. Ja? Weil das Ding ist, der verhindert nämlich, dass unsere Solarpaneele Sonnenlicht bekommen, wenn die Sonne direkt aufgeht. Der zieht uns irgendwie immer so eine 30 Sekunden Sonnenlicht pro Tag ab. Der blöde Berg. So, jetzt, äh, genau. Batterie aufladen. Der Berg ist unser Feind. Der muss besiegt werden. Wir müssen ihn bär siegen. So, jetzt haben wir das ja. Jetzt wollen wir ja den Advanced Tornis noch bauen. So, jetzt habt ihr mir gesagt, ich soll den Advanced Tornis tatsächlich in den Vakuumraum bauen. Weil der Advanced Tornis nicht leckt. Das heißt, warte mal, ich muss jetzt mal die Erze loswerden, die ich noch im Inventar habe. Oder warte, die kann ich eigentlich im Mining Belt verstecken. So. Äh, dann hole ich mir doch mal den Advanced Tornis. Nicht wahr? Bestimmt brauche ich da keine Platten diesmal. Also keine Frames. Die kann ich schon mal weglegen. Habe ich ein bisschen mehr Platz. Sondern brauche ich aber bestimmt die geilen Kabel und nicht die, die Noob Kabel hier. Reichen 27? Nochmal gucken. Also. Also. Genau, da ist er. Ja, da, 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 da. Was brauche ich denn? Elektro... Ah, diesmal, meine lieben Freunde. Diesmal lasse ich mich hier nicht vernichten. Vernichten. Wie viel brauche ich denn? Ich mache mal ein paar mehr. Wir brauchen die wahrscheinlich noch für andere Gerätschaften. Und wenn wir sie nicht brauchen, können wir sie ja beim Händler dann verkaufen auch. So an sich. Machen wir mal ein paar mehr Amazon-Päckchen, würde ich sagen. Der Berg muss bersiegt werden vom Berserker. Genau so sieht es aus. Ich mache gleich mal ein paar mehr Bäckchen. So reicht. Also ich habe jetzt Stahlplatten, Eisenplatten dabei. Das muss doch alles reichen. Komm, das muss doch jenen hier jetzt. Halt, ich muss da rein. Jaja, der muss auch auf Frames. Aber der... Hier sind ja Frames in dem Raum, wo wir den jetzt aufbauen wollen. Deswegen brauche ich die jetzt nicht mitnehmen. Das meine ich halt. Bau dir mal Floor Gratings. Wäre keine schlechte Idee, weil dann könnte man nämlich sowas wie Kabelschächte, so wie bei Alien in so einem unterirdischen Schacht, der unter den Laufwegen durchgeht, dann tatsächlich verstauen. Man kann sich wirklich so eine Alien-mäßige Kolonie zusammenbauen. So eine Headlays Hope-mäßige. Man hat die Teile dafür. Das ist kein Scheiß. Also wer Alien-Fan ist, sollte dem Spiel tatsächlich mal eine Chance geben. Wenn er halt auch so kompliziertere Gameplay-Mechaniken gut findet. So, wir bauen den mal hier hinten auf jetzt. In die Ecke. Stell ihn in die Ecke. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie machen wir das am besten? Warte mal. Wir hängen den mal so ein bisschen in die Luft. Hier so hin. Moment mal, wie ist denn das? Wo ist denn da vorne? Okay, hier ist vorne, genau. Ich sehe gerade, ich sehe hier, genau. So ist richtig. Electronic Ports und was noch? Ah, nur Elektronik Ports. Welding Torch und fünf Steel Sheets. Ach, warte mal, wenn ich jetzt schweiße, entlasse ich dann nicht auch Gase in die Atmosphäre eigentlich? Wie war denn das? Hier, nee. Hä, wo ist mein Welding Tour jetzt wieder? Ah, das habe ich in der Hand. Warte. Screwdriver. Das müsste der Tool-Bild sein eigentlich. Hand Drill. Oh, Mulsar, Mulsar. Da ist er. Nee, warte mal, die Construct... Er ist ja schon fertig, er ist schon fertig. Nicht schon wieder denselben Fehler machen wie gerade eben. Loch, 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 loch. Äh, genau. Da steht er und, äh, und jetzt... Was muss ich mir jetzt machen? Warte. Müssen wir hier jetzt nicht noch verbinden mit, äh, Auslass und so? Output, guck mal. Output muss, glaube ich, am Start sein. Sonst haben wir ein Problem. Ähm, das bedeutet... Ich brauche... Erstmal Strom, warte. Äh, äh, da. So, ich schließe auch die Intelligenz an. Damit die Intelligenz auch am Start ist. Und ich nehme die fetten Kabel dafür jetzt. Genau, hatte ich hier nicht eine T-Kreuzung auch gebaut? Oder, warte mal. Ich würde da gerne hier... Warte. Die würde ich gerne benutzen. Genau, so, dass das in den Raum auch reingeht noch, das Kabel. Müssen wir nur gucken, dass wir das richtig drehen hier. Ja, so, genau. Dann kann ich das nämlich da gleich abnehmen. Warte, 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 so. Ja, komm, gib's mir hier. Äh, äh. Moment, so, genau, ja. Und jetzt so. Du musst das Gas selbst einfüllen. Das heißt, du brauchst Wohlerteilgase. Ja, aber kann ich nicht jetzt einfach... Das kann ich doch wieder da reinstecken, oder nicht? Hier ist doch eh keine Temperatur. Dann schmilzt doch das auch nicht, oder? Ne, warte mal. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich im Vakuum Eis hinwerfe? Was passiert denn da eigentlich? Schmilzt das dann, oder bleibt das Eis? Ja, es bleibt Eis. Eigentlich. Weil, ähm... Ein Meteor wird... Es schmilzt ja auch nicht. Es sei denn, die Sonne strahlt drauf. Es passiert gar nichts, okay. Ja, dann kann ich das da einfach selber reinstecken. Aber ich muss, äh, wieder ein Abluftventil haben, glaube ich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da brauche ich erstmal wieder Rohr und ein Passivvent. Und ein Ventil. Ein Ventil brauche ich auch. Auf dem Mond schmilzt es bei mir. Ja, wahrscheinlich, weil du das in der Sonne machst dann. Guck mal, es gibt ja, äh, Kometen. So, die bestehen ja meistens auch aus Eis. Also, ist nicht unüblich, dass ein Komet aus Eis besteht auch. So, so, und, äh, der wird ja auch nicht permanent weggeschmolzen. Sonst würden sie ja, sonst würden sie ja nicht lange existieren. Die werden ja auch erst dann, kriegen die ja ihren Schweif und erst dann schmilzt ja das Eis vom Kometen, wenn sie der Sonneneinstrahlung nahe kommen. Und wenn die Sonne halt das Eis taut. So würde ich jetzt sagen, ist die Logik. Du musst dauerhaft ein Kilo Pascal ablassen, sonst beginnt... Oh, ja, sonst geht meine Energie aus. Warte, ich muss erst mal die Electronic Parts jetzt wegpacken. Und die ganzen Platten und den ganzen Schnoller, den wir jetzt nicht brauchen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen die Gasdinger. Ein Ventil brauche ich auch noch. Und ein Passivvent noch. Haben wir überhaupt noch Vents? Sieht schlecht aus. Ein Activevent. Ne, den wollen wir nicht haben. Wir wollen einen Passivvent haben. Mach mal einen Passivvent. Genau. Ein Ventil brauchst du nicht. Ach, echt nicht? Der hat eine eigene Volumpump. Oh, okay. Dann, äh, lass mal das mal weg. Guter Hinweis. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Mache ich das jetzt von innen oder von... Ja, ich probiere es mal von innen erst mal. Wenn ich es von innen nicht schaffe, mache ich es von außen. Ah, deswegen Advanced Furnace. Weil der eine eigene Druckregulierung hat wahrscheinlich, hä? Aber kann ich die an dem Gerät auch steuern? Ich sehe hier... Achso, ja stimmt. Hier sind ja Walfs. Genau. Hm. Na, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, ja. Das ist auch neu für mich wieder. So, Moment. Dann, äh... Machen wir das mal so, dass wir da eine Kurve machen. Wenn ich das nach unten drehe, müssten wir die auch... Warte. So. Wenn ich die nach unten drehe, machen wir den, äh, Auslüftungsdings einfach nach unten. Nehmen sie es nach unten. Genau, das muss man jetzt von außen machen. Müssen wir rausgehen. Ich gehe jetzt nicht durch den Ausgang, der nach draußen geht, weil sonst haben wir ja kein Vakuum mehr drin. Da muss ich ja wieder den Lüfter aktivieren. Ich versuche immer das Vakuum jetzt zu halten. Ich habe es mit einem Elektrolyser-Gerät gemacht. So hast du die volle Kontrolle. Ein Elektrolyser-Gerät, was? No Ventil vor Ofen. Temperatur. Ja, ich muss mal wieder, äh, die Base kühlen. Brich mal das ab, bitte. Muss mal hier wieder die Kühlung aktivieren. Ja, die ist schon wieder voll und auch leer. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe schon wieder die elektronischen Gedönsies mitgenommen hier. Warte mal. Gib mir das. Da, 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 da. Tralalala. Bauen wir das mal hier ein. Hier jetzt. Komm, zack und zack. Was immer alles zu tun ist. Man hat immer alle Hände voll zu tun in dieser Base. Weil die ganzen Systeme immer noch nicht automatisch laufen, die eigentlich automatisch laufen sollen. Weil immer alles betüdelt werden muss. Deswegen bin ich hier nur am Rumrennen die ganze Zeit. Und euch wird aufgefallen sein, ich habe die Lampen ausgeschaltet. Das habe ich gemacht, damit die Batterien nicht leergezutzelt werden. Weil jetzt doch schon wieder langsam nicht mehr so ganz so viel Strom am Start. Wir müssen schon wieder den Strom, Stromproduktion ausbauen, erweitern. Ist echt so. Gib mir mal den Passivwend. Das war doch jetzt der Passivwend, den ich dabei habe. Ja, lieber auch nochmal nachgucken immer. Mit den Rädchen steuerst du die Pumpgeschwindigkeit für Input und Output. Aus 100 L max. Wichtig. Die Pumpen arbeiten nur, wenn der Ofen an ist. Also nicht aus Panik ausschalten. Okay. Ich glaube, das ist ganz schön kompliziert, so. Gucken wir mal. So, jetzt muss ich schauen, wo ist das jetzt? Ich drehe es mal schon mal so, dass es richtig gedreht ist. So. Wo ist es verbunden? Achso, ne, ich muss es ja anders drum drehen. Stimmt ja. Ja, warte mal, hier ist es. Da war es gerade. Hier, genau so wollen wir es haben. Nice. So, das sieht jetzt zwar ein bisschen komisch aus. Aber das ist wohl richtig, hab da gesagt. Also, das ist okay, wenn das so ist. Bei meiner Luftschleuse, innen sieht das ähnlich so aus. Das Auslastdings. Und da... Funktioniert das auch. Da wird das auch nicht blockiert. Gut. Dann wollen wir das mal ausprobieren, ne? Habe ich überhaupt Volatiles? Oh, scheiße, jetzt bin ich hier hingewieben. Ah, Moment. Entschuldigung. Habe ich überhaupt... Habe ich Volatiles eigentlich? Habe ich gar nicht. Warte mal, ich muss dich noch holen, schnell. Ich muss schnell Gas holen. Nicht genügend Gas. Das war hier hinten irgendwo. Wie geht es eigentlich mal im Windpark? Sieht noch gut aus. So muss das sein. Der ist immer noch am Abpusten. Wo sind sie denn? Waren doch hier. Da. Mal schnell Volatiles holen. So. Mehr. Wie viel haben wir denn schon? Zwei und vier. Ja, reicht. Sollte eigentlich reichen. Das habe ich natürlich wieder nicht gesehen. Klar. Schnell Popcorn holen und Feuerwerk genießen. Ey. Ey. Ich will nicht, dass es in die Luft geht. Es darf nicht platzen. Ich speichere vorher auch nochmal. Ich habe da ja gesagt, vorher... Also ist ja hier schon in Fleisch und Blut übergegangen. Dass wir immer speichern, bevor wir irgendwelche lustigen Sachen hier machen. Tu es. So. Wir sind im Vakuumraum. Aber warum höre ich meine Schritte hier? Das ist wahrscheinlich der Trittschall vom Anzug. Null Kino... Null Pascal, genau. So. Jetzt muss ich aber kurz speichern. Wichtig. Empfehle ich jedem. So. Nice. Und nu? Stopf mal... Stopf was rein, meine lieben Freunde. Warte. Erstmal wieder den Sauerstoff. Und dann... Warte. Woll er teils auch gleich splitten. Ah. Da wieder den falschen. Ja, 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 ja. Nein, du sollst das... In Half. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Ich bin gespannt. Oh. Es regt sich. Es regt sich. Okay, und jetzt? Woher weiß ich jetzt, dass er es hingekriegt hat? Achso, ich muss es aufdrehen, oder? Warte mal. Advanced Service Input. Was ist er? Increase. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Was sehe ich mir hier eigentlich gerade an? Warte mal. Processing 7 Ice Oxid. Can be melted by pressing activate. Mach ich doch grad... Ah. Ich muss das häufiger drücken wieder. Okay, warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Hat er da. Und nu? Weiter, weiter, weiter. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. What? Aber ist alles gut? Oh, was? Hä, der macht ja gar nicht. Psss. Das ist ja voll langweilig. Da passiert ja gar nichts. Das geht viel zu gut. Aber der, der verliert ganz schön schnell Druck. Guckt mal. Wie kann ich denn das verhindern? Output. Kann ich das nicht decreaseen hier? Wie, wie kann ich das verhindern, dass der Pumpe aus? Welche Pumpe? Wo ist denn die Pumpe? Welche Pumpe denn? Wo muss ich denn ziehen? Was muss ich denn machen? Zum Anwerfen beides auf Null stellen. Sonst entweicht das Gas gleich wieder. Scheiße. Aber ich hab doch auf Null. Ist doch jetzt auf Null. Hab ich zu spät gemacht, oder was? Ah, jetzt, Herr Erzler. Guck mal, das fließt dann so ein bisschen noch nach. Hey, aber er verliert wieder. Aber okay, wenn er, ich glaub, wenn er ein bisschen verliert, ist das sogar normal tatsächlich. Ähm, aber was wollte ich jetzt eigentlich schmelzen? Warte mal, wie, wie, was brauch ich jetzt für Astroloi nochmal? Guck mal mal. Astroloi. Kupfer, Stahl und Kobalt. Ja, gut. Also doppelt so viel Stahl wie Kobalt und Kupfer. Genau, deswegen hatte ich 100, deswegen hatte ich 100 Stahl gemacht. Und 50 jeweils einbaren Kobalt und, äh, einmal Kobalt und Kupfer, genau. Äh. 1 KK bis 100 KK und 30 MPa bis 40 MPa. Das hatten wir doch gerade kurz schon. Ja, jetzt ist schon wieder vorbei. Ich lade nochmal, ich lade nochmal. Ich wusste nicht, dass ich das, äh, dass ich da drauf achten muss. Ich lade jetzt nochmal, dann machen wir es richtig. Der hat ja gespeichert gerade. Einmal, zweimal Stahl, einmal Kupfer, einmal Kobalt gleich einmal Astroloi. Ja, genau. Das weiß ich auch. Das habe ich gerade gelesen. Ich habe mir das auch schon im Mischungsverhältnis so zurechtgelegt. Ich muss mir das nochmal holen tatsächlich, was ich da benutzen will. Dann können wir Astroloi herstellen. Weil dann können wir, aus Astroloi können wir nämlich dann auch Raumschiffe bauen und sowas. Also in denen wir selber rumfliegen können irgendwie. Das ist ganz geil eigentlich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das ziemlich geil. Machen wir den anderen Mining Belt auf und da packen wir jetzt mal die Komponenten erstmal rein. Genau, 50 Kobalt. Ach, 200 Stahl habe ich da. Kann ich das irgendwie nochmal aufteilen, dass ich 100 habe? Kupfer hätte ich auch 100, aber Kobalt fehlt mir. Ich müsste entweder nochmal Kobalt farmen oder den Stahl aufsplitten. Einen Stacker bauen. Ja, habe ich aber nicht. Kann ich jetzt nicht machen. Okay, dann muss ich nochmal Kobalt farmen, glaube ich. Wunderbar. Dann holen wir nochmal Kobalt und dann produzieren wir das. Sehr gut. Wir haben aber immerhin einen Advanced Furnace aufgebaut. Und einen Minator haben wir auch. Das finde ich gut. Und an der Stelle endet wieder diese Folge Stationiers im Chaos wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Stationiers, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.